Nachdenkseiten Die kritische Website Wieso überprüft das Paul-Ehrlich-Institut nicht selbst mRNA-Impfchargen von Pfizer auf Fremd-DNA? Von Florian Warwick In letzter Zeit häufen sich Berichte darüber, dass Fremd-DNA über dem Grenzwert in den Impfstoffchargen des mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffes von Pfizer-BioNTech gefunden worden sei. Der letzte prominente Fall war eine MDR-Sendung über ein Privatlabor in Magdeburg, welches nach eigenen Angaben DNA-Verunreinigungen weit über dem etablierten Grenzwert gefunden hatte. Der Beitrag ist mittlerweile zur redaktionellen Prüfung aus der Mediathek entfernt worden. Aber auch außerhalb Deutschlands gibt es entsprechende Untersuchungen und Berichte, etwa aus den USA und Kanada. Die Nachdenkseiten wollten vor diesem Hintergrund wissen, wieso nicht das dem Bundesgesundheitsministerium unterstellte Paul-Ehrlich-Institut selbst entsprechende Untersuchungen vornehmen lässt, um diesen Vorwurf entweder dementieren oder bestätigen zu können. Die Antwort überzeugt nicht. Nach den O-Tönen folgt ein Faktencheck. Es gab in letzter Zeit ja einige Berichte über Fremd-DNA über Grenzwert in Impfstoffchargen vom BioNTech-Pfizer. Da würde mich nur interessieren, könnten Sie kurz darlegen, wieso das Gesundheitsministerium und das ihm unterstellte Paul-Ehrlich-Institut nicht selbst entsprechende Untersuchungen vornehmen lassen, um diesen Vorwurf entweder dementieren oder bestätigen zu können? Herr Warwick, ganz kurz. Wir hatten dieses Thema hier schon und tatsächlich diese Behauptung, dass fremde DNA in diesen Impfstoffen über den Grenzwerten halt gefunden wurde. Die ist falsch. Es gibt Vorgaben, die die EMA dazu macht. Es gibt Grenzwerte, die definiert werden und es gibt auch Untersuchungen. Jede Charge muss geprüft werden und kann der bislang untersuchten Chargen hat tatsächlich eine Überschreitung dieses Grenzwerts ergeben. Nur ganz kurz, aber meine Frage war ja, wieso, hier vertrauen Sie ja sozusagen einem Konzern auch mit einer entsprechenden Geschichte, aber meine Frage war, wieso Paul-Ehrlich-Institut nicht selbst solche Untersuchungen durchführt? Die Antwort interessiert ja, glaube ich, nicht nur mich. Herr Warwick, noch einmal. Es gibt Vorgaben, die die EMA dazu macht, welche Untersuchungen durch die Bundesoberbehörde dann vorzunehmen ist, welche Untersuchungen durch die Hersteller vorzunehmen sind. Und all diese Untersuchungen, die müssen validiert und dokumentiert werden. Und insofern bleibt es dabei, auch diese Dokumentation wird entsprechend untersucht und es hat bislang keine Überschreitung dieser Grenzwerte gegeben. Faktencheck der Aussagen des Sprechers des Gesundheitsministeriums. Zitat Herr Warwick, wir hatten dieses Thema hier schon. Bereits diese erste Behauptung ist nachweislich falsch. Denn die Frage lautete ja, wieso das Paul-Ehrlich-Institut nicht selbst als Bundesbehörde, die dem Bundesgesundheitsministerium untersteht, Pfizer-Impfstoff-Chargen auf mögliche DNA-Verunreinigungen über dem Wert untersucht, um entsprechende Vorwürfe auszuräumen oder eben auch zu bestätigen. Da die Bundesregierung die Protokolle der Regierungspressekonferenzen für alle zugänglich veröffentlicht, verlinkt innerhalb des Artikels, kann jeder selbst nachprüfen, ob dieses Thema bereits zuvor auf der Bundespressekonferenz behandelt worden ist. Die Antwort nach Prüfung aller Protokolle seit September 2023 lautet, nein. Zitat Diese Behauptung, dass fremde DNA in diesen Impfstoffen gefunden wurde, die über die Grenzwerte hinausgeht, ist falsch. Es hat bislang keine Überschreitung dieser Grenzwerte gegeben. Auch diese Aussage ist in dieser absoluten Form falsch. In der MDR-Dokumentation vom 12. September mit dem Titel Corona-Impfstoff in der Kritik – Was ist dran? Welche bundesweit für Aufsehen sorgte? kommt unter anderem die Professorin für Mikrobiologie, Prof. Dr. Brigitte König, zu Wort. Diese hat in einem Labor in Magdeburg bei einer Stichprobe von Pfizer-BioNTech-Impfstoffdosen laut ihrer Darstellung bei allen fünf untersuchten Chargen Verunreinigungen mit Fremd-DNA gefunden. Weit über dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO festgelegten Höchstwerten. Der MDR-Beitrag wurde zwar kurze Zeit später aus bisher noch nicht öffentlich gemachten Gründen aus der Mediathek entfernt, die Nachdenkseiten berichteten, doch dies ist kein Beleg dafür, dass die Analyse von Prof. Dr. König falsch sei. Zudem ist die Untersuchung der deutschen Mikrobiologin nicht die einzige, die zu diesem Ergebnis kommt. Es waren die US-amerikanischen Genomforscher Kevin McCarnan und drei weitere Co-Autoren, Yvonne Helbert, Liam T. Cain und Stephen McLaughlin, die bereits im Juni 2023 in einem Fachartikel pre-pint erstmals davon berichteten, dass sie bei der Analyse von Moderna und Pfizer-Covid-19-Impfstoffchargen auf entsprechende Verunreinigungen über Normwert gestoßen seien. Der entsprechende Artikel mit dem Titel Sequenzierung von bivalenten Moderna und Pfizer-MRNA-Impfstoffen zeigt Nanogramm- bis Mikrogrammmengen an DS-DNA des Expressionsvektors pro Dosis ist ebenfalls verlinkt einsehbar. Auch diese Untersuchungsergebnisse wurden bisher nicht wissenschaftlich widerlegt. Die Aussage des Sprechers des BMG, dass fremde DNA in diesen Impfstoffen gefunden wurde, die über die Grenzwerte hinausgeht, ist falsch, ist folglich selbst genau das eine Falschaussage. Die Nachdenkseiten hatten zudem im November darüber berichtet, dass aus herausgeklagten internen Dokumenten von Pfizer hervorgeht, dass es zwei Herstellungsprozesse für die mRNA-Impfstoffe gab. Einen für das Zulassungsverfahren, Intern Process I genannt, und einen für die Massenanwendung von Pfizer als Process II bezeichnet. Das erste signifikant teurere Verfahren produzierte die mRNA in vitro, also maschinell steril, das zweite entwickelt für die Massenproduktion jedoch bakteriell. Das führte, wie die Europäische Arzneimittelagentur EMA auch offen gegenüber Pfizer monierte, zu mit Fremd-DNA verunreinigten Impfstoffchargen. Auch eine Reihe von geliebten internen E-Mails von EMA-Verantwortlichen vom November 2020, wenige Wochen vor der bedingten Zulassung der Pfizer-Covid-19-Impfstoffe, belegen die Problematik um die mRNA-basierten Impfstoffe von Pfizer-BioNTech. Verwiesen sei beispielhaft auf eine interne EMA-Rund-Mail von Eftor Kerkorak Yaditi, wissenschaftliche Sachbearbeiterin vom 23. November 2020, in welcher ausführlicher erläutert wird, dass es ein wichtiges Vergleichsproblem mit dem BioNTech-Impfstoff gäbe. Das von der Zulassung zu klärende Problem sei die Tatsache, dass ein signifikanter Unterschied zwischen den klinischen Chargen, 78% der mRNA-Integrität, auf deren Grundlage die Interimsanalyse zur Zulassung durchgeführt wurde und den kommerziellen Chargen mit nur 55% mRNA-Integrität festgestellt wurde. Weiter heißt es, Die potenziellen Auswirkungen dieses RNA-Integritätsverlusts bei kommerziellen Chargen im Vergleich zu klinischen Chargen in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit sind noch zu definieren. Darauf antwortete Veronika Jäkerle, Leiterin des Qualitätsbüros der EMA, am 24. November und verweist auf drei wesentliche Einwände sowie Bedenken und kommt zu folgender Schlussfolgerung. Es bestehen nach wie vor eine Reihe größerer Bedenken, die sich auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis des Vakzins-Wirksamkeit-Sicherheit auswirken, insbesondere die Frage der Vergleichbarkeit in Bezug auf die mRNA-Integrität. Diese Bedenken werden von den meisten Mitgliedstaaten geteilt. Eine Zulassung bis Ende des Jahres könnte möglich sein, wenn diese Bedenken plus GMP ausgeräumt werden. Alle verbleibenden Qualitätsprobleme müssen im Kontext der gesamten BR berücksichtigt werden. Zitat Ende Man beachte insbesondere den Verweis der Leiterin des EMA-Qualitätsbüros, dass die Bedenken von den meisten EU-Mitgliedstaaten geteilt würden und dass sie extra betont, eine Zulassung bis Ende des Jahres sei nur möglicherweise möglich, und zwar unter der Voraussetzung, dass diese größeren Bedenken noch ausgeräumt werden könnten. Die Frage, die sich hier stellt und bis heute nicht öffentlich beantwortet wurde, ist folgende. Wie wurden all diese Bedenken der EMA so schnell ausgeräumt? Denn nur wenige Wochen später, am 21. Dezember 2020, erfolgte bereits die sogenannte bedingte Zulassung. Conditional Marketing Authorization, CMA, für die kommerziellen Chargen des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.